Stelle dich aufrecht an den Anfang deiner Matte. Setze deinen linken Fuß mit gespreizten Zehen vor dir ab. Ziehe mit der nächsten Einatmung deinen rechten Fuß auf deinen linken Oberschenkel. Strecke deine Arme leicht seitlich nach oben. Atme tief und ruhig. Der Baum. Friksha Sanat. Konzentriere dich auf einen Punkt vor dir. Dann kannst du dein Gleichgewicht besser halten. Dein angewinkeltes Bein zieht nach hinten. Deine Arme sind bis zu den Fingerspitzen gestreckt. Komme nun langsam aus der Stellung und wechsle die Seite. Setze deinen rechten Fuß mit gespreizten Zehen vor dir ab. Ziehe mit der nächsten Einatmung deinen linken Fuß auf deinen rechten Oberschenkel und strecke deine Arme wieder wie Äste seitlich nach oben. Der Baum ist eine Gleichgewichtsübung und stärkt deine körperliche sowie deine geistige Festigkeit. Atme tief und bewusst. Dein Atem führt dich in deine Mitte. Löse mit der nächsten Ausatmung wieder die Stellung. Schließe deine Augen und komme mit deiner Aufmerksamkeit zu dem Punkt zwischen deinen Augenbrauen. . . . .